Leute willkommen zurück Leckrad noch ein bisschen ja also sind unterwegs willkommen zurück zu Battlefield Bad Company 2 immer noch bei dieser behinderten Mission aber ich hoffe mal dass wir es jetzt schaffen guter Dinge erst mal eben nachladen hier verstanden hoffentlich klappt das alles so da steht einer Ziel auf 12 Uhr warte auf den Donner jetzt kommt schon noch zwei in der Nähe der Offiziere komm wir schaffen das warte auf reihe Sicht warte schuld da wird hier das da dann schalte ihn aus Feuer Super Schuss aufritten Saatsch sind unterwegs ja heute wird es vielleicht ein Live Stream heute am dritten 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 2012 12 Entfernung 7 2 Wind 5 Knoten warte auf den Donner das und ja 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 das wird das das so Ziel auf 12 Uhr. Der steht gleich wieder unten. Komm schon. Komm schon. Ich spüre es jetzt schaffen. Scheiße, ja malo. Boah, geht doch. Okay, Stellung halten, Jungs. Wir lauschen mal. Gut, wir haben, was wir wollten. Alles grün. Sammeln. Oha. Oha. Oh. Endlich haben wir die Mission geschafft. Endlich, Leute, endlich. Aua. Ja. So. Ähm. Ja. Ja. Jetzt geht's voran. Wisst ihr, was ich nicht frage? Wer zieht mit Cowboy-Hüten in den Krieg? Äh, Cowboys? Ja. Kein Cowboy war seit 100 Jahren im Krieg. Die Dallas Cowboys ziehen jeden Sonntag in den Krieg. Was? Eine Frequenz. Hä? Halt, Vorsicht. Stolperdraht. Da war ein Weg, Mann. Wie hast du das erkannt? Meine Spinnensinnahmen haben geschlagen. Danke. Danke, Alex. Oh, der war ja auch nicht zu übersehen. Ich bin in der Vorstadt aufgewachsen, du Muttersünfe. Oh, Leute, kein Stress hier. Alles cool, that's easy. Oh, mein Gott. Oh, nein. Ich hab Ausweis in die falsche Taste gedrückt. So wegen MW3. Kommt schon mal noch. Alle deaktiviert. Ich hab Ausweis in die falsche Taste gedrückt. Oh, jetzt hier hoch. So. Oh, Mann, Leute. Meine FPS sind schwanken gerade. Oh, Mann, Leute. Das ist mein Typ, oder? Oh, ja. Jetzt verstehe ich's. Oh, mein Gott. Mann, da geht's mächtig weit runter. Luhnstein. Alles gut. Nichts passieren. Ich hab grad schon gemerkt, dass es da ziemlich weit runter geht. Komm, da laufen wir mal den Männern hinterher, hier. Das geht schnell, das geht gut, jo. Jo. Komm schon. Sorry, aber ich verfolge nie die Pläne. Ich mach immer alles. So wie ich es will. So. Wo sind denn noch welche hier? Irgendwo sind sie doch. Wo? Oh Wow So Männer Kommt mir mal hinterher Ja 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 ich treffe nix mehr sauber Männer gehe zu einer Überwachungsstelle ich folge den Männern einfach mal hier die wissen anscheinend wo es lang geht ich höre jetzt nicht so wirklich da ist er ich schätze die bringen ihn dahin sieht gut geschützt aus kann tatsächlich werden los ok ich muss sagen dass sie sehr geil aus hier auf der anderen Seite wir sollten gar nicht hier sein wir haben die Artikel geschickt hm soll ich die töten ich mache jetzt einfach so hier 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 hier